Herzlich willkommen zu unserem Online-Kurs zum Thema Datenschutz bei Facebook und Co. Schön, dass ihr dabei seid und euch informieren wollt. In diesem Online-Kurs erfahrt ihr wichtige und interessante Informationen über den Umgang mit Daten im Internet. Um euch diese Inhalte zu vermitteln, benutzen wir Videos, Diskussionsforen und Texte. In den Videos werden wir versuchen, euch das Thema Datenschutz näher zu bringen und Begriffe anhand von Beispielen zu erklären. In den Diskussionsforen könnt ihr unsere Fragen beantworten, eigene Fragen stellen und natürlich fleißig mitdiskutieren. Die Inhalte der Videos stellen wir euch auch als Texte zur Verfügung, wenn ihr später etwas nachgucken möchtet oder euch lieber mithilfe von Texten informiert. Außerdem verlinken wir euch weitere interessante Informationen, wie zum Beispiel spannende Artikel, die zum Thema passen. Auch darüber dürft ihr gerne im Forum mitdiskutieren. Aber wer sind wir überhaupt? Wir sind eine Gruppe von 14 Studierenden eines Projektseminars der Universität Hildesheim aus den Studiengängen Internationales Informationsmanagement und Informationsmanagement und Informationstechnologie. Geleitet wird das Projekt von Herrn Prof. Dr. Joachim Griesbaum. Unser Ziel ist es, euch durch diesen Kurs mit dem Thema Datenschutz vertraut zu machen. Wir können euch leider keine Gebrauchsanweisung für den Datenschutz im Internet bieten, mit der ihr sicher seid, aber wir wollen Risiken im Web aufdecken und euch Tipps geben, wie ihr euch zum Beispiel vor Datenklau schützen könnt. Außerdem werden wir in einem Exkurs Herrn Prof. Dr. Rainer Kuhlen, der sich unter anderem mit Informationsethik beschäftigt, zu dem Thema befragen. Der Online-Kurs dauert drei Wochen und wird die folgenden Themen behandeln. Die erste Sitzung beschäftigt sich mit deinen Spuren im Netz und behandelt die Frage, welche Daten du wo im Internet hinterlässt. In der zweiten Sitzung beschäftigen wir uns mit sozialen Netzwerken, wie zum Beispiel Facebook, und sagen dir, woher wir wissen, was du letzten Sommer im Web getan hast. Am 24. Januar findet der Exkurs statt, in dem wir ein Interview mit dem Experten Prof. Dr. Rainer Kuhlen führen werden. Die letzte Sitzung werden wir nutzen, um euch ein paar praktische Tipps, Tricks und Werkzeuge vorzustellen, mithilfe derer ihr euch sicher im Netz bewegen könnt. Wenn ihr Fragen zum Kurs und den Inhalten habt, könnt ihr diese im Diskussionsforum stellen oder euch beispielsweise bei technischen Problemen per E-Mail an uns wenden. Unsere E-Mail-Adresse lautet onlinekurs-datenschutz-at-uni-hildesheim.de Nun wünschen wir euch noch viel Spaß bei unserem Online-Kurs und allzeitsicheres Surfen im Web.